Du kannst ja nicht auf den Red Rock klettern und da schlafen. Weißt du, wenn mir jemand so ein Ball entgegenkommt, wie du, kann nur Profi sein. Wir packen alles schön in die Rucksäcke und dann geht's den Berg da hoch. Oh, das ist echt rutschig. Oh, das ist der Weg? Ja. Oh, der ist scheiße.